Einen wunderschönen guten Samstagmorgen. Das sind neue Kopfhörer von Bayardynamik. Ich hatte jetzt im Frühjahr ja schon die 102 als mein persönliches Referenzgerät auserkoren. Jetzt sind es die 160, eine andere Serie, aber das gleiche Prinzip. In-Ore-Kopfhörer, die wirklich gut nach außen abschirmen und gegenüber meinem persönlichen Favoriten nochmal eine Spur besser klingen. Die Bässe sind beispielsweise deutlich tiefer. Der Kopfhörer wird nicht so laut, aber ausreichend laut. Verzerrt dafür in den Höhen nicht so. Womit ich ein Problem habe, ist mit dem Kabel. Ich mag flache Kopfhörerkabel nicht. Ich finde, das wirkt fragil. Ich hatte damit zwar keine Probleme, aber trotzdem traue ich den Ding an irgendwie nicht. Bayardynamik 160 EE, trotzdem sehr, sehr feine Kopfhörer. Vielen Dank fürs Zuhören, für das Feedback nach der ersten Woche und euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.